Diese Runde möchte ich nicht Lagun gehen, wenn da 5 Tiers drin sind. 5 Tiers? Nee, danke, Alter. Nicht Lagun, schließlich. Welche Coms gegen Nomsi, mage effektiv? Ein Team auffächern, damit Nomsi nicht AOE-Schein macht. Erstens das, also Positioning. Und dann Mystics? Ich mein, andere gute Coms, kann gegen Nomsi gewinnen. No Scout, no Pivot Lagun? Nein, nix Lagun, Alter. 5 Tiers, 5 Tiers starten? Nee, Mann. Ohne 5 Tiers starten das schon zwei Laguns. Nein, nein, Mann, you're baiting me. You're baiting me, my doggy. Der hat Lux letztens gespielt. Der hat Lux letztens gespielt. Echt, der wird auch Lux spielen, die Sonne. Boah ey, wir sind lang. Ah, Mirage, was Mirage? Mirage ist gar nicht, also Mirage ist nur Pirat, kann man nur Goldfarben. Ansonsten wärs halt Deja-Game auch. Okay, 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 ist Better Together oder Uplink? Beides ist Gear gut, ne? Also für Magic und so. Better Together, ne? Ist besser Early-Mid-Game. Aaargh? Muscana. Solo-Frontline, glaub ich. Aber Brutek, das war auch schnell. Aaaargh... Also wenn Mirage gut wäre, wäre ich einfach Mirage. Lagune ist... Der ist Kaiser, glaube ich. Auch Shin ist... Ich könnte auch Aus Shin und so, aber... Da hinzukommen ist halt nicht so leicht, ne? Ich suche Lux und so auch eigentlich. Wenn ich Deja frühe, die spiele ich einfach trotzdem dann into Winstick, into Aus Shin und so. Also ich könnte auch Saya gehen. Aber dann brauchte ich... So, guck mal, ich mach mal... Lux! Magic! Astral vielleicht? Som... Saya, ne? Saya... Som... Kaiser. Wenn ich kann, würde ich lieben, gerne hier Dinge spinnen. Ja, wenn ich kann, würde ich hier lieben, gerne... Wie heißt das? Twitch... Äh, Saya spinnen. Die sind... Fünf Leute Magic. So... Kann raus. Eins... Drei. Acht Gold. Zehn Gold. Mach auf C und nimm Twitch mit. Not bad. Das ist Saya, ne? Ich kriege halt sechs AD durch Whisper's, weißt du? Whisper's gibt dir sechs AD pro Out-Tag. Und Hurricane skaliert mit AD. Und dann machst du halt sehr, sehr viel AD-Damage einfach. Zwei, vier, fünf, sechs. Ich komme auf elf. Gewinne. Twitch. Das ist mein Team, ne? Okay, not sure. Was war mein Item? Not sure. Was gab's noch? Glove? Oder so? Was gab's da noch überhaupt? Glove? Oder was war das letzte? Glove Full Crit? Es ist drei Gold, Seraphine. Erstmal hier. Oh! Ah, oh, nee. Never mind. Haha. Wir können Seraphine Graves... Oh, doch. Wir können Seraphine Graves gehen. No? VT, Last Whisper, Protected's Vow, Moral... Oh, wir können Seraphine Comp gehen. Oh, ja. Better Together. Sehr gut für Seraphine. Let's go. Let's go. Cloak muss ich remove'n oder so? Last Whisper beats Edge of Night. Ja, jetzt suche ich auch. Ich suche halt... Ich suche so viele Items für diese, kommt noch. Alle intelligente Ente. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Alle happy Gamer. Was momentan gut ist hier, Tierlis. Tierlis ist eingerankt. Lux, ne? Lux erstmal rein. Ja, Seraphine muss, glaube ich, raus. I guess wir können auch chillen. Ja, Seraphine kann aber raus. Aber ich kann... Cloud niemanden geben, wirklich. Okay, ich muss jetzt... Weil hier dann perfekt Items hinten. Aber ich bin last pick. Ansonsten sind wir einfach Soam. Entweder Soam oder Seraphine. Graves. Ja. Oh, der... Ah, ne, der ist auch noch offen. Der ist Bow. Der ist Sire auch vielleicht. Einfach. Der ist Sire auch einfach vielleicht. Sieht die Seraphine Combo aus? Ich hab sie noch nie gespielt. Gewinnen. Auf Lux. Hab ich keine drei Mage? Oh, ich hab keine drei Mages, ne? Lol. Gewinnen die Runde, oder? Die beiden können raus. Wir sind Lagun. Wir sind Lagun. Ja, wir sind Lagun. Auf jeden Fall. Wir sind aber... Wir sind Lagun. Auf jeden Fall. Seraphine muss auch raus. Oh, gut, dass ich Glav nicht mitgenommen hab, Alter. Ja, wir sind Lagun, ja. Was hab ich sonst hier? Items? Okay, das ist nicht gut. Okay, das ist nicht gut. Ich muss Nili verkaufen. Wir können Juke on it bauen, ne? Wir können Full-Crit machen. Ist der Level 6? Ne, ne? Hätte ich leveln können. Oh, ich hätte leveln müssen. My bad. Drei Mage. I trolled, I trolled, I trolled, I trolled. Leg mich kurz hier ab, Chat. I'm trolling. I'm fucking trolling, yo. Omega trolling. Können wir gewinnen? Oh, Gott. Bless, Alter. Never punish. Oh, dann ist es sogar gut, dass wir nicht gelevelt haben. Am Ende. Dann noch mehr Goldzinsen mitnehmen. Ist es Lunes, das ist Slash a Blessing? Ist es eins oder zwei Chat für Soam Carry? Slash a Blessing, oder? Es ist Ashy Slash a Blessing. No? Aber Lunes Echo wäre jetzt besser. Eigentlich. Ich muss Nili raus tun. Oder wir pushen Level 7. Das wäre auch okay. Anilien muss raus. Einfach fürs Item. Anilien muss raus fürs Item. Okay, Blue auf wem? Blue auf Kaiser? Blue auf Kaiser einfach vielleicht. Okay, Wladimir muss ich neu machen. Zack kann raus. Kaiser, ne? Wird ein bisschen gebufft. Nicht mehr so bad vielleicht. Hoffentlich. Muss Wladimir neu machen. Item. Okay. Okay, wir suchen Bath dann. Infinity Edge. Machen Full Damage. Ja, das Game sieht so, okay. Das sieht nach einem guten Lagun-Game aus. Ich hätte auch Seraphine Graves gespielt, aber mir fehlt Morello, mir fehlt Seax, mir fehlt Last Whisper, Edge of Night. Mir fehlt alles einfach. Würde ich kommen. Also, ich leveln für 7,3. Das ist not bad, ne? Ich komme ja auf Economy. Lillia raus. Ich komme auf Economy und bekomme das Gold wieder zurück. So einigermaßen. Lillia 1 ist aber nicht das Wahre, ne? Lillia 1 ist aber nicht das Wahre. Hallo, Nevox. Guten Tag, der auch. Let's go. Ein BF noch. Ein BF noch. Dann Items für Nila nehme ich an. Dann können wir... Dann sieht es eigentlich... Top 4 sollte es eigentlich schon sein. So, der ist Deja. Graves Idas, glaube ich. Nidali. Soom. Saya. Zweiter Soom. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no. Nein, der wird verkauft. Der wird verkauft. Der sucht aus. Wie hart contested kann das denn sein? Oh. Ich bin von Nomsi. Ui, ich bin von Nomsi. Was laber ich für den Scheiß? Warum hab ich nicht nachgeguckt? Da ist ein Nomsi. Game's free. Das Game's fucking free. Das heißt, wir suchen Siphon, Pantone, richtig? Wir suchen Siphon, Pantone, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Kein Zom, kein Zom. Das ist so hart contested schon wieder. Nomsi ist gut. Let's go. Okay, wir suchen Nomsi, Siphon, Sylas, Pantone, Zyra. Seraphine. Ja. Mage Emblem wäre sehr gut. Da können wir Seraphine droppen. Drei Mage spielen einfach, glaub ich. Sollen sie einen Blue? Ja, Nomsi mit. Ja, Nomsi. Oh. Mal gucken. Wir können auch Blue einfach jemand anderem geben. Ist auch kein Thema. Der Deja, Bramble, Drankler, 20 Gold, 2, 4, 6, 7. Mal schauen. Mein Ding ist, ist halt so hart contested, schwierig zu spielen. Aber wir können Deja mitnehmen, ne? Sehe ich gerade. Wir können Deja mitnehmen kurz. Vielleicht spielen wir den. Wir sind Nomsi. Dann muss ich jetzt den Rest mitnehmen. Nicht vergessen. Erstmal Lever 8, dann Lever 8, kann man Slowrun. Ja, Lever. Wir können so bis 30 Gold rauen oder so. Dann lad ich mir neu. Dann muss Deja raus, glaub ich. Dann muss Deja, glaub ich, raus. Nomsi kann hier zu stark genervt werden. Nomsi kann hier ist halt ein Synergie-Bot. Nomsi Major, die Evoca, sind Carries. Weil Kanonier macht, Nomsi macht ja mit Kanonier nicht viel. So funktioniert ihr Spell ja gar nicht. Und wir gewinnen. Ah, schade, Mann. Ist das eine Kaiser-Ultidiv? Nein, ne? Ich verliere trotzdem, glaub ich. Ich verliere, glaub ich, trotzdem Chatbox. Ich hab Belt-Love, ne? Belt-Love. Belt ist Warmox. Love ist Infinitesh. Der hat am Anfang erstmal hier. So. Was ist das hier für Boxen? Wo? Silas spielen, ne? Hä? Vladimir muss raus. Vladimir und Varus müssen raus. Hä? Aber warum bist du Sanya? Ich weiß nicht. Aber warum bist du Sanya, Junis, Mann? Du schittst mich. Nein, Mann. Du trottst mich, Alter. You're just trolling me, Bro. You're trolling me. Let's win, win, win. Einfach raus. Vladimir hätte rausgemusst, my bad. Wenn ich Schultcon nicht zurückbekomme. Aber jetzt ist okay. Knapperlos. Ist Big Friend gut für mich? Friend für diese Com ist eigentlich okay, ist, ne? Und hier. Was bekomme ich bei 90? Ich muss auch mal kurz gucken. Lagunen ausdrucken und an die Wand hängen. Bei 90 bekomme ich 2 cost champ. Scheiße, noch einen proc, please. I wish I'm a loser. Don't ask. Don't ask about this, okay? Don't ask about this. Let's go. Okay, 2 1 halt. Who cares? Ich kriege das Vau hier. Stormplate hier. 2 rounded tier. Warmox hier. Blue gebe ich Lux von au. Tier mag gucken. Tier Talia von au vielleicht. Ich suche nur einen BF, ne? Wir sind Nomsi. Ich habe hier einen... Der Storm ist so contested. Nomsi sollte eigentlich ganz nice sein, ja. Seraphine suche ich noch, aber Seraphine ist halt auch hart contested. Automatisch. Richtig Storm-Spieler. Okay, einen BF und dann mal gucken. Ich gebe ihm notfalls Blue, aber Tier Archangel wäre sehr gut. Vielleicht müssen wir auch Ida spielen erstmal. Es ist Nomsi 3. Nomsi 3. Level 9 spiele ich Bart oder Raka noch. Level 9 spiele ich einfach Bart. Okay, wir haben Glove Tier, ne? Glove Tier, das war's. Das ist schon wieder Graves BF. Oh, nice, 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 nice. Okay, Lux muss jetzt auch raus. Chase, I guess. Okay, jetzt geht's. Geht mir einfach vorne noch. Schlippt hier irgendjemand? Silas, ne? Hm... Vielleicht muss ich Protect das... Nein, ich suche... Ich suche... Ah, Tears Hand of Justice oder so. Für Dingens Bombs auch. Tears Hand of Justice für... Fürs Panthen auch vielleicht. Ein Healing Item, ja gut. Oh, hier ist Seraphim. Gut. Können wir gewinnen. Edge of Night. Let's go. Ventus Death Slider bad, weil... Ich werd Idas nicht spielen. Ich suche Scythe halt. Spiel ich Idas? Idas wär auch nicht schlecht. Idas wär eigentlich auch nicht schlecht. Spiel ich Ivana? Was ist das, Bro? Ich kann nicht Shyvana, nein. Nomsicary. Nomsicary ist gut. Nomsicary ist gut. Nomsicary ist gut. Ich bin so... Nein, Jason muss raus. Sie fliehen. Wir rollen runter. Jetzt machen wir einfach Scythe. Aber nur ein Scythe. Scythe, Nomsic 3, Level 9, Bard, Soraka, irgendwas. Okay, Tears Archangel, ne? Tears Archangel. Ich chill kurz. Wir Dragon Game? Brauch ich nicht. Scythe Nomsic. Scythe Nomsic ist sehr stark. Vier Drachen. Meine Drachen bräuchten halt Items. Jedes hätte Items. Das war's. Das war's. Das ist voll... Also, Au Shin hätte er... Au Shin wär ja auch sehr gut. Au Shin ist hard contested. Haha. Da haben zwei Leute schon Au Shin. Tier Diff. Oder was? Gut, Mann. Geiles Item. Ich weiß, ich hab Archangel, aber ich... Vielleicht kann ich Radiant Archangel oder so hätten für den. Das war's. Das war's. Reforged einfach alles, oder? Scheiß Reforged einfach alles, oder? Scheiß Reforged einfach alles. Huh? Showshin hier. Scheiß auf Zyra. Ah, Showshin Zyra glaub ich schon, ja. Full Damage, Baby. Let's go! Radiant Jude Gaunt gibt 50 AP. Und 40% Crit Chance, ne? Was gibt... Was gibt das normale Jude Gaunt, Bob? Was gibt das normale Jude Gaunt eigentlich? Okay, let's go! Nomsi 3, Intubat, oder Soraka, was auch immer. Also, die Frage ist... Hab ich einen besseren Play? Also, dieser Play ist auch sehr gut. 30 AP, 15 Crit. Okay. 40... 40 und 50, okay. Das ist okay. Weiß, aber da haben mehrere Leute Shroud. Der Shroud removed. Okay, der Double Shroud. Danke dir... Hi! Danke für ein Jahr. Du Genshin... Legende. Komm auf zu schmattigen Eier. War ne Genshin-Quiz zusammen. Danke dir Slice. Danke auch für sieben Monate. Erst bekommen wir auch, ne? Alles fit im Schritt. Würdest du erst ab 9 Nomsi für 3 gehen? Ne, ich auf 8 Nomsi 3. Weil auf Level 8 ist die Chance für Nomsi höher. Also für Tier 3 Einheiten höher. Ich hab Nikos Helden. Wir können alles easy machen. Ich kann mal so... Wait, hat der Sire 3 gleich? Ne, der spielt einfach noch keine Sire. Der wird auch Shin. Irgendwie viele haben hier Shroud. Das haben alle Shroud hier. Healing Items wären auch gut. Zephyr wäre auch gut, ne? Ich nehme Zephyr einmal mit, glaube ich. Ich hätte Zyra. Ich hätte Dingens... Scheiße. Äh... Nila. Zephyr. Oh, Lulu. Gute Ulti. Denk dran, Lulu ist keine Einheit. Danke dir. Ich hätte Nila, aber ist okay. Oder Edge of Night. Ah, Edge of Night Diff. Ripp. Ripperino Chat. Ripperino. Ja. Das war sehr viel Diff leider. My bad. Troll. A troll Chatbox. Woher hält sich Schwan auf der Bank? Meine Gegner suchen die. Und ich verliere kein Gold. Ist okay, ne? Ich verliere kein Gold halt. Boom. Und aus Shins Weise könnte ich selber spielen. Aber ich bräuchte ein Mana-Item, richtig? Mana-Item aus Shins. Sehr, sehr gut. Come on, Arschbombe. Arkinje wäre besser, aber... It's fine. It's fine. Arkinje wäre besser, no? Oh. Wir können auch schon spielen, ja? Wait. Ich muss wechseln. Wait. Warum ich Schwan einfach... Wait. Das ist gar kein Nomsie-Game. Das ist echt gar kein Nomsie-Game. Das ist ein Drachen-Game, ganz normales. Yeah. So. Wow. Dieses Game kann ich viel mehr cappen. Ich kann alles machen eigentlich. Ich frage es nur, was ich machen möchte. Der Niedler-3 bald. Yeah. Das war einfach auch Shin, Shyvana, Idas, Terra. Plus... Plus Chase. Plus... Bart. Oder Soraka-2. Yeah. Das war... Das war eigentlich das... Das Play wahrscheinlich. Sehr auf jeden. 3. Gucken. Silas 3 ist nicht wichtig. Aber ich würde Silas gerne neu machen. Ey, it's okay. Wie spielen wir das eine Runde? Wenn ich diese Runde verliere, dann weiß ich nächstes Mal... Dann weiß ich nächstes Mal 100%. Wir spielen Full Drachen. Bruh. Ah, scheiß drauf. Wenn ich Silas behalten soll. Scheiß drauf, E2. Hä? Ah, da ist kein Platz, ne? Da ist kein Platz, ne? Da ist kein Platz für Shroud. E2. E2. Wir spielen eine und genommen sie. Ich kann ja auch Scythe 3 machen. Aber ich brauche ein Healing-Item aus Scythe. Der braucht trotzdem BT. Damit du ein fettes Schild bekommt. Vorhin hast du noch gesagt, kein Drachen-Game, wenn du kein Items hast. Ja, aber jetzt habe ich Items. Ich habe Shoshin, Rabadon, Shoshin, 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 Shoshin. Ich habe auch Giant Slayer für... Wie heißt die? Wie heißt die? Für Aoshin. Und ich habe Jule Gondet in Vintage Morello für Shyvana. Und ich habe Stoneplate, Warmox für Dinges. Also ich habe Insane Items. Insane Items. Aber Giga Insane Items. Das ist ein Carrier, der kann Archigene. Vielleicht können wir gewinnen. Ja. Mal gucken. Ich werde hier nicht Erster. Nächstes Mal Full Drachen-Game. 100%. Mit den Items, die ich hier noch bekommen habe, 100%. Kann alles stacken. Easy peasy. Das ist alles neu, wäre auch gut. Okay, dann räumen wir jetzt hier runter. Räumen wir jetzt hier runter. Healing, healing, healing. Ich habe Chain noch, ne? Oh, ich kann Shroud bauen. Ich kann Shroud bauen. Von mir. Non Protected Vow wäre auch okay. Ah, das ist Shroud einfach, glaube ich. Oh, Shroud. Das war aber hier. Ja, so drei, ich denke ich es gab. Okay, wir haben alles auf drei gleich. Wir haben alles auf drei gleich. Chat. So, können wir gewinnen. Wenn ich nicht gewinne, wie gesagt. Full Drachen. 100%. Es ist gut, Chat. Nehmen Sie drei. Es ist. Nehmen Sie drei. Es ist. Na, ich muss die Rassilien verkaufen. Kein Gold mehr. Let's go. Let's go, Chat. Let's go, Chat. Ich habe Nila gesäfft, ne? Das ist gut. Okay, die machen wir auch noch auf drei. Wir sind im Geschäft, Chat. Ich habe... Was für Drachen, Bro? Nomsi. Nomsi ist der Shit. Das Panther in 3 Wind Condition. Siphon in 3 Wind Condition. Drei Units auf Level 3. Das Wind Condition hier bei mir. An Heal in einem auf Siphon. Nicht, dass es wieder gestern endet. Ja, ich suche eins, aber es gab keinen. Das ist leider. Das Whisper, useless, ne? Ich gebe mal Siphon, Base Stats. Der Double Siphons, ne? Shit. Es gibt zwölf Stück, richtig? Ich habe sieben, da zwei, neun, drei Stücke. Ich suche zwei von dreien. Ich hätte keinen Nikos Help noch behalten, aber... Der eine Typ hat mich öfter mal besiegt. Aber da hatte ich keinen Nomsi 3, richtig. Ich hätte Nikos behalten sollen. Wenn ich wirklich alles dreimachen will, hätte ich beiden sollen. Er hat auch kein Healing Item, Pantheon. Ah, ich habe Celestial Blessing, aber... Ist okay, glaube ich. Wenn ich nur einen Siphon hätte, rolle ich runter, aber... Sonst auch egal einfach, glaube ich. Wird er geschraudert oder gesellert mit eins von beiden? Was wäre die Yule für neun? Bard, Soraka, Yasuo, Level 2, solche Sachen. Ah, ich muss Zyra neu machen, ne? Zyra neu für Dinges. Dann Big Friends, okay. Ich kann... Wenn ich alles zusammenstelle, dann werde ich weg. AOE, das ist auch nicht gut. Big Friend für die beiden. Mit Panther und Zyra. Der Rest, glaube ich, egal einfach. Der Rest, glaube ich, einfach egal. Verliert er oder... Ich gewinnt er. Okay. Trout rechts noch, wer... Oh, oh, wer... I'm Trouting! Ich spiele ja gar nicht gegen den! It's okay. I'm Trouting, chat. Jetzt Shyvana 3 bald, ne? Meine Norms hätte Multi abgebrochen, glaube ich. Meine Norms hätte Multi abgebrochen. Danke, Jotiga. Danke auch für 13 Monate. Danke dir für mehr als ein Jahr bereits, ne? Ich fasse auf die Autofinger. Das nächste Mal spielen wir Full Drachen, Mann. Was ist das für ein Blödsinn? Lea fast gegen den. Komm, scheiß auf Level 9. Ich will Syphon 3 haben. Das ist wahrscheinlich... Also, der Play ist wahrscheinlich eher Level 9 eigentlich. Muss Shyvanas rauskaufen. Hat der Shyvana 3 gleich? Der hat's verkauft, ne? Der Jungs. Der hat's verkauft, ne? Der Jungs. Mehr Zeit für... Mehr Zeit für... Syphon 3. Ach, scheiße, Mann. What am I doing? Ich hab weder Shroud noch hab' ich sehr viel getroffen. Oh, Blättertroll. Na, Nomsich 3 ist fein. Nomsich 3 ist fein. Wenn man Panthorn 3... Nein, das war Drachen Game. Das war 100% Drachen Game. Ich hatte auch Shin 2, Shyvana 2, Ida 2, Terra 2. Ich hatte alles for free auf 2. Alles for free. Okay. Dann ist Edge of the Night, denk ich. Edge of the Night. Wir hoffen, dass ich Syphon dreiten kann. Okay, der Syphon verkauft, ne? Okay, let's go. Ähm. Schraut, Mann. Schraut, Mann. Schraut, Banane, Mann. Oh, der hat auch alles verkauft, ne? Der hat auch alles verkauft, ne? Der hat auch alles verkauft, nicht getraut. Schraut. Einen noch. Einen noch. Dirk Meister. Oder Leute activityfen. Einen noch. Einen noch. B記of. Ries. Einen. Ne especialmente. Wie finde prost員.